Hey Leute, willkommen wieder zurück zu Fire Emblem Three Houses. Ach ja, die große Erkundungs-Tour hat frisch begonnen. Ich glaube, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen, denn dieses Gebiet ist wirklich ganz schön groß. Aber wie auch immer, wir werden unseren Spaß haben. Davon bin ich überzeugt, einige Leute wollen mit uns sprechen und wir sind hier doch schon direkt bei den goldenen Hirschen gelandet. Und jetzt reden wir erstmal mit dir hier, oder? Du bist dieser Söldner. Dieser Söldner. Du musst der genannte Mercenary sein, der Claude geschehen hat. Honestlich, du sollst nicht über den Händen von ihm beschäftigen. Mein Name ist Lawrence Hellman Gloucester. Du willst es erinnern. Gloucester, okay. Ist immer ganz interessant, wenn man das so liest. Soll mal aufpassen, dass man es nicht falsch ausspricht. Alles klar. Dieser Söldner. Na gut, okay. Wen haben wir denn da drüben alles? Euch beide? Sind Sie jemanden der Gäste? Die Gäste ist so, wenn das, was Sie suchen. Oh. Ich muss sagen, ich hätte mir seine Stimme irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Irgendwie etwas tiefer. Nein, Raphael. Das ist Captain Gerald's Kind. Hi. Ich bin Leonie Pennelli. Captain Gerald's erste und größte Apprentiss. Ich bin sicher, dass er dir über mich erzählt hat. Im Ernst? Meine Güte. Schön, dich zu treffen. Ich bin Raphael Kirsten. Wer bist du wieder? Das fängt ja gut an. Niemand kennt uns hier natürlich großartig. Naja, immerhin dieser Lorenz hat schon mal von uns gehört. Aber ich weiß ja nicht, was ich von ihm halten soll. So, du bist der skilled mercenary, der schaffte Claude, bist du? Ja, bei skilled wird sie natürlich hellhörig. Das denke ich mir doch schon. Oh, du bist? Es ist so ein Hör, dich zu treffen. Ignaz Victor. Meine Eltern sind Allianz-Märchen. Und ich bin Lysithia von Ordelia. Bitte nicht vergessen. Mhm, interessant. Na gut. Auf jeden Fall mal mit Marianne hier sprechen. Mal sehen, ob die irgendwas zu sagen hat. Wenn man vom Teufel spricht. Und du bist... Hey, bist du dieser mercenary? Jeder hat über dich gesprochen. Ich bin Hilda Valentine-Goneril. Und ihr Name ist... Marianne von Edmund. Sind du die Knights von Ceros oder was? Na gut, okay. Alles klar. Geht das auch umgekehrt? Nee, es ist immer das selbe Gespräch. Egal, wer das einleitet. Okay, wäre interessant gewesen, wenn es da leichte Unterschiede geben würde. Je nachdem, wem er als erstes anspricht. Was ist mit euch hier? Mit euch kann ich nicht sprechen. Alles klar. Sollte man hier schon irgendwie nach Items Ausschau halten? Oder kommt das dann irgendwann einfach so? Und man kann die gar nicht so finden, sondern muss erst irgendwas aktivieren. Ich vermute es ja fast mal. Na okay, wie auch immer. Gehen wir mal raus. Mit dir können wir noch plaudern, ne? Was denn mit dir los hier? Einfach nur ein normaler Student. Alles klar, na gut. Dann haben wir auch schon ein bisschen mit denen geplaudert, ne? Er war ja unser Questziel, aber ich denke mal, das ist das schon erfüllt an sich, oder? Das hatten wir ja schon. Ja, ja, genau. Alles klar. Mich irritiert nur so ein bisschen der Questmarker, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Ich finde halt, der sollte sich irgendwie so ein bisschen anpassen, wenn man mit denen schon gesprochen hat. Da sind immer noch diese ganzen Katzen. Meiner Meinung nach immer noch ziemlich gut gefüttert sind, jedenfalls. Ja, die sieht ein bisschen normaler aus, im Vergleich zu den anderen. Ah ja, da drüben ist ja auch schon der Dimitri, ha? Okay, dann sind hier also quasi die ganzen Häuser so. Verzeihung. Ja, ich bin mal gespannt, was er zu seinen Schülern zu sagen hat. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen die ganzen Räume an. Wobei, ich sprich mit den drei Haussprechern. Ja gut, wir müssen sicherlich zu Reha nochmal zurück, denke ich. So, dann bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, Dimitri ist wirklich, wirklich höflich. Das muss man ihm wirklich positiv anrechnen. Er ist sehr bedacht, welche Worte er wählt. Okay, ja gut, erzähl uns natürlich immer erstmal von dir. No? Me? Oh, ähm... Please, forgive me. It's difficult to open up on the spot, don't you think? I'm afraid my story has not been a pleasant one. I do hope that doesn't color your view of me. But I understand if that can't be helped. Na gut, okay. Auch er mit seiner plus 20%, ne? Ist aber gar nicht schlecht. Mal auf Detailansicht gehen hier. Lächelt er so leicht. Hat er denn wirklich hier was zu verbergen? Hey, wie auch immer. So, so. Man sieht den klaren Stärkefokus bei ihm halt ziemlich enorm. Das ist schon gravierend. Er hat auch mit eines der höchsten Stärkewachstum im Spiel direkt... Also, unabhängig von der Klasse hat er einfach mal 60% auf Stärke. Also, der ist ein richtiger Hau-drauf-Typ. Das merkt man auch deutlich. Ich meine, mit der Base anfangen und dann auch das Wachstum mit sich bringen... Autsch. Es ist ja tatsächlich so, dass Edelgard an sich sowohl das höchste Wachstum hat, als auch mit... ...die höchsten Bases sogar. Von den Charakteren so. Abgesehen vom Avatar. Ich finde allerdings, dass halt... Also, Edelgard ist halt super balanced in allen Bereichen. Das heißt, sie kann immer noch leichter Probleme bekommen. Ja, Dimitri ist halt klar physisch ausgelegt, zum Beispiel. Aber wir gehen irgendwann auf Wachstum und so nochmal präzise ein, ja? Ich hab da nur schon einiges an Informationen zusammen. Aber das werde ich euch dann entsprechend präsentieren, wenn's angebracht ist, ne? Jetzt kommt erstmal der Dedue, oder? Dedue war in Dusker und hat loyally working in meinem Service für die letzten 4 Jahre. Einfach Dedue. Das ist eh stumm, ha? Er ist eher taciturn. Aber wenn du ihn kennst, wirst du sehen, dass du, dass er ein kinder und gutnatured junger Mann ist. Alles klar. Ja, eher mit der super niedrigen Resistenz, aber dafür relativ tanky. Der noch Bürgerklasse. Wird für die Einheit der Befehl Warten gewählt. Erhält sich Verteidigung plus 4 für einen Zug. Ja, ist ja ganz interessant. Ich meine, gerade am Anfang wirst du mit Verteidigung plus 4 sicherlich schon einiges bewirken können. Später muss das nicht unbedingt so gut sein, dass die Frage, ob's halt wieder mehr Warten-Kombos gibt oder so, dass man da irgendwas machen kann, ne? Aber, ich denke, wenn du ihn irgendwie auf ein Terrain stellst, hier mit Warten einfach nur, kann das echt nützlich sein. Sollte man immer im Hinterkopf behalten, denke ich. Wird sich lohnen. Felix. Felix ist der Heer der Hausfraudarius. Er hat ein bisschen scharpe Lüge, aber nicht das dich schocken lassen. Deep down, er ist ein guter Mann. Er gravitiert an Menschen, die gewählter sind. Vielleicht würdest du mit ihm ein freundliche Kompettition genießen? Mhm. So einer ist das also, ja. Bisschen competitive, der Typ. Alles klar. Legt es dir also gerne mal an, ja? Macht ein bisschen Wettbewerb. So, so. Sieht so wie ein richtiger Duelland aus mit dem Outfit, so, ne? Wie so ein Fechtkünstler, finde ich. Okay, ja gut. Auch relativ schnell, ne? Merkt man sofort. So ein ganz, ganz typischer Myromidone im Normalfall, schätze ich, ne? Einsamer Wolf spricht ja auch dafür. Zugefügter Schaden um 5 erhöhen, wenn er keinen Bataillon zugewiesen ist oder Bataillon Ausdauer auf 0 ist. Ich denke mal auch, er wird wahrscheinlich gerade am Anfang massiv auszeigen können. Ich sehe jetzt auch, dass er ein Wappen hat. Aber leider kann man sich das hier nicht ansehen. Hier gibt es keine Detailansicht. Das wird dann später wohl noch kommen. So, ein nächster von den Blauen Löwen. Er ist der adoptive Sohn von Lord Lanato von Castle Gaspar. Aber ich höre, dass er ein Kommener geboren wurde. Er hat eine extrem ernstige Persönlichkeit. Also ich bin sicher, dass er deine Lektionen mit großem Enthusiasme beherrscht wird. Ah ja, also ein ganz ehrlicher. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Talent, ne? Dietrich. Er ermöglicht es zur Einheit, Türen und Truhen ohne Schlüssel zu öffnen. Also direkt verankert. Ist die Frage, ich denke mal schon, dass das wahrscheinlich als Klassenskill noch geben wird. Aber er kann es dann halt immer. Das ist schon ganz interessant an sich. Naja, das macht ihn natürlich direkt aus so einem Utility-Charlern gleich mal. Da kannst du mitnehmen. So einen Truhenöffner brauchst du eigentlich fast immer. Machst du wenig verkehrt mit ihm. Das ist immer ganz nützlich, so ein Talent. Also generell auf jeden Fall guter Skill. Ja, ja, natürlich. Die dürfen ja nicht fehlen in Fire Emblem, klar. Solche gibt es doch immer. Wer kennt solche Einheiten nicht, ne? So was sie sehen jetzt zum Beispiel. Hatten wir ja erst in Blazing Blade, ne? Ach ja. Es gibt ja genug solche Einheiten jedenfalls. Oder Saul, der Priester in Binding Blade. Auch ganz lustig. Ach Gott. Tja, geht nicht ohne, ne? Hat aber ein cooles Design, finde ich. Den habe ich ja sogar unter meinen Favoriten reingepackt, so. Von denen dich eventuell von einem anderen Haus anwerben möchte. Das soll ja gehen. Das wäre durchaus interessant. Geht wohl auch auf Kavallerie, Lanzen, Äxte, ha? Okay. Findet sich eine weibliche vermündete Nebeneinheit, fügt die Einheit plus zwei mehr Schaden zu und erleidet minus zwei weniger Schaden. Na, das ist auch sehr ordentlich, ne? Wird sich durchaus bemerkbar machen. Ich höre, dass sie zu imperialer Nebeneinheit geboren wurde, aber ein Twist von Glück hat sie zu dem König. Sie kann auf der Grundsatz sein, aber sie ist eigentlich ein kinder Mensch, der auf alle, die rundherum erinnert hat. Mhm. Merci, das hier. Was ein normaler Name ist, Leute, ja. Ihr habt das unter einem Video auch gesehen, wo ich als Freehouses-Analyse gemacht habe. Und dann einfach voll oft so, was ist das für ein Name oder so. Ich glaube, auf Discord gab es auch die Diskussion ein paar Mal so. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, Leute. Das ist ein ganz normaler Name, ja. Nichts Außergewöhnliches dran eigentlich. Aber ein sehr schöner Charakter auf jeden Fall. Stets zu Diensten. Im Heilen aus Verbündeten mit Weißmagie wird bei dieser Einheit die gleiche Anzahl an KP wiederhergestellt. Ein sehr nützliches Talent. Auch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Das kann man sehr gut ausnutzen. Das ist jetzt die Frage, wenn man jemand anderen hat, der das gleiche auch noch kann, dann kannst du eine richtig schöne Verkettung bilden. Die Frage, ob es nur Personal Skills ist oder ob es das auch nochmal als Klassenskill zum Beispiel geben könnte. Aber gut. Annette ist Baron Dominic's Niece. Sie ist ein talenteter Student, der extrem hohe Marken in der Royal School of Sorcery. Sie ist schadevoll und hart gearbeitet. Brillant, wirklich. Doch sie kann manchmal ein bisschen oblivious sein. Und hier hat sie eine Explosion in der Kitsche. Oh, da haben wir die schlechten Köcher. Natürlich, auch das muss es geben. Das ist aber ein liebenswerter Job meistens. Ach Gott. Und eine gute Magierin, alles klar. Ist auch nicht schlecht. Bis zum bitteren Ende. Das klingt sehr gut. Wird sammeln auf einen Verbündeten angewendet. Ey, dieser zusätzliche Stärke plus vier. Das ist ja wirklich nützlich, ja. Dann kann man eine Sammlerin aus ihr machen. Schön die Bufferin in der Gruppe. Das ist immer ganz gut. Kann man auch gebrauchen. Sieht ja sehr verträumt aus, meine Güte. Aber gut. Wie auch immer. Hier unten haben wir auch noch eine, die rein designtechnisch in der näheren Auswahl ist. Ingrid ist Count Galatea's Daughter. Sie ist auch ein Kindesfreund von Felix, Sylvain und mir selbst. Aha. Sie ist diligent, industriös und prinzipiell. In Wahrheit, sie ist mehr nützlich, als die meisten Nütze, die du noch nie möchtest. So, so. Hör ich da etwas? Was raus, Dimitri? Das klang so ein bisschen danach. Um ehrlich zu sein. Oh, nur Stärken, keine Schwächen. Interessant. Kraft plus drei, Treffer plus fünf für Strategie. Da müssen wir uns mal angucken. Wie nützlich das denn letztendlich ist. Aber ja, das sind die blauen Löwen, Leute. Dann haben wir die auch mal gesehen. Ah, da kriegen wir Geld, Leute. Erstmal Geld. Jawohl. Nur fürs Geld hier. Ich glaube, ich sollte zu Reha zurückkehren. Wir werden uns höchst die Erkundung fortsetzen. Ist doch klar. Wen haben wir da noch alles? Auf jeden Fall werden wir uns hier ein bisschen umgucken. Das ist die Klassung des Black Eagle House, die für die Studenten des Edrestian Empire ist. Unsere Hausleiter ist Prinzess Edelgard. Es gibt auch viele andere Nobles in unseren Rängen. So, so, also bei Edelgard sind auch ganz viele Adelig anscheinend. Was haben wir hier so? Vielleicht kommt da Steckbriefe oder sowas hin, könnte ich mir vorstellen. Oh, guckt mal. Haha, was haben wir denn da? Das schönste Teil. Jawohl. Einfach mal so. Ist eigentlich nicht mal unbedingt eine Schneeeule oder sowas. Das ist eher Albino-mäßig aus. Hat irgendwie rote Augen noch. Hm, interessant. Aber wie auch immer. Aber jetzt fühlt es sich noch einen Tick mehr an wie Harry Potter irgendwie. Aber egal. Wenn jetzt auch noch so eine Eule auftaucht. Und meine Güte. Ja, man kann auch in... Huch. Das geht auch. Oh, interessant. Wenn man ZL reindrückt, kann man sich auch so umgucken. Ja, ZL ist nur für die Minimap da. Aber sehr interessant. Okay. Ich bin mir gerade ein bisschen nah dran gesumt. Ah, okay. Viel besser. Alles klar. Okay, mit euch kann ich nicht sprechen. Aber hier geht's schon los. Da ist ja auch Bernadetta. Okay, danke auch. So hässlich bin ich jetzt auch wieder nicht. Bernadetta, das ist kein Stranger. Unsere Hausleiter hat dieser Person eine große Deutung. Ist das nicht richtig? Ich bin Ferdinand von Eyre. Okay, der sieht sehr stolz aus von seinem Porträt. Klingt auch ein bisschen so. Und da ist Sorotia. Ein neues Gesicht, ja. Oh, bist du einfach so schön. Ist das deine erste Mal in der Monasterie? Darf ich euch mal zeigen? Oh, mein Name ist Dorothea. Bevor ich die Akademie zu sein war, war ich ein Mitglied der Operakompagie des Empire. Du solltest mich irgendwann mal singen. Mhm. Ja gut, wir wissen auch so ein bisschen dann über die individuellen Talente natürlich Bescheid. Dieses Wissen werden wir sicherlich auch noch irgendwann ausspielen müssen. Ist es wahr, dass du Edelgard savest? Das ist unglaublich. Der Name ist Kaspar, by the way. Glücklich, dich zu treffen. Lenhard, good bye. Lenhard, good bye. Okay, alles klar. Lenhard, wie warst du in die Akademie mit diesen Mannern? Also, bist du hier auch ein Student? Vielleicht sind wir in der gleichen Klasse. Alles klar. Lenhard einfach, ja. So, ich hab keinen Bock, Mann. Was soll das? Lass mich in Ruhe. Alles klar. So, Petra und Hubert. Ich bin Hubert. Ein humble Servant der Lady Edelgard. Auch ein sehr höflicher, anscheinend. Nett. Mit Sprachfehler, ha? Ja, okay. Gut, gut. Auch ganz interessant. Vermutlich dann wurde er ein bisschen an Athena angelehnt, ja. Ich glaub, die passt auch ganz gut zu Mimidonern. Die hat auch so eine Art Ingram-Fähigkeit gehabt, nur auf Gegnerbasis, ne. Das dann besser critten kann. Da drüben haben wir jetzt noch die blauen Löwen natürlich. Die wollen wir auch alle erstmal noch kennenlernen, so direkt. Diese Klasse rumliegt zum blühen Lionhaus. Unser Hausleiter ist Prinz Dimitri. All of us here hail from the holy kingdom of Fargus. Mhm. Alles klar. Na gut. Da ist ja schon Sylvain. Hey da. Are you the mercenary who saved his highness? It's an honor to meet you. Er hat ja hier eine lässige Pose und Körpersprache. Alles klar. Ein lockerer Typ anscheinend, ja. Aber er hat auch seine Probleme, das wissen wir ja schon. Hi there. You must be the one everyone's talking about. I'm Ash. Great to meet you. This here is to do. He serves Prinz Dimitri. I have heard that you rescued his highness. Words cannot express my gratitude. Should you ever require my strength? Please know that I will hasten to repay this debt. Meine Güte, er ist auch wirklich ein Gigant, der Typ. Sicherlich furchteinflößend für die Feinde. Nicht übel. So, so. Und hier. Ich habe alles über das, was du von Prinz Dimitri getan hast. Als Mitglied von Fargus, ich danke dir. Ja, und wahrscheinlich auch so direkt. Immerhin kennen die sich ja schon lange. Er hat auch gesagt, du bist ziemlich gewendet. Und er sagt nicht nur Dinge wie das. Ich freue mich, dich mit dir sparen und dich zu verletzen. Ja, auch voll in Charakter. Ich sage immer, ich spreche immer über Krieg. Oh, und, äh, du möchtest mich Ingrid. Es ist ein Freude, deine Freundin zu machen. Okay, er ist auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Und der andere, ja, ist halt so ein typischer Competitive-Typ. Na, klar. Gibt's halt einfach. Aber es gibt genug Leute, die auch solche Charaktere sehr gerne haben. Und wer ist das? Du siehst überhaupt nicht familiar. Hast du hier in dem Monastery gearbeitet? Oh, Mercy. Glaubst du, das ist das Mercenari, das die Leute darüber gesprochen haben? Ich weiß nicht. Irgendwie, bei ihr gefällt mir die Stimme nicht ganz so sehr, muss ich sagen. Well, it's a pleasure to meet you. My name is Mercedes and this is my best friend. I'm Annette. It's nice to meet you. Bei ihr passt, finde ich besser. Wir setzen die Erkundung noch fort. Aber interessant, dass ich jetzt nochmal extra gefragt werde. Vielleicht haben wir ja irgendwas ausgelöst oder so dadurch, ne? Ich weiß ja nicht, wenn wir jetzt mit allen hier sprechen. Vielleicht hat's ja seine Vorteile, wer weiß, ne? Und außerdem ist es auch schön, der Vollständigkeit halber und so, sich das alles mal anzuhören, etc. Die alle mal kennenzulernen, ja. Da oben hat sich noch irgendjemand versteckt. Das merke ich gerade schon. Und außerdem... Ist hier noch irgendwas? Du siehst irgendwie besonders aus. Aha. Bist wohl schon in irgendeiner Klasse drin, ha? Hier sind noch mehr dieser Eulen, sehe ich gerade. Interessant. Schön. Generell, gefällt mir gerade ganz gut. Guckt euch mal um hier. Schön, oder? Einfach mal den Ausblick genießen. Wir können jetzt auch hier nochmal ein bisschen umgucken. Ja, hat auf jeden Fall was. Auch wenn man auch sagen muss, optisch... Also ihr wisst ja... Und wer es nicht mitbekommen hat, ne? Kuai Tecmo hat ja mitentwickelt. Das sind auch die Leute, die Warrior-Spiele immer machen, ne? Und... Das merkt man, finde ich, grafisch immer sehr deutlich. Die kennen sich halt sehr gut aus, damit viele Einheiten darzustellen. Ja, und das einigermaßen dynamisch wirken zu lassen. Das heißt, an den Kämpfen spielen die ihre Stärken aus. Und ich denke, das merkt man auch. Das sah sehr gut aus, was man am Anfang sah, was das betrifft. Rein von der Dynamik her, ne? Kamerawinkel und so. Fand ich alles ganz schick. Aber ihre Schwäche ist meiner Meinung nach Dinge texturieren. Und im Spiel würde halt ein bisschen Kantenglättung echt gut tun. Und halt der Weitblick, ne? Wenn ihr jetzt da rüber guckt, das ist halt nicht der beste Weitblick hier, ne? Da könnte einfach schon direkt ein bisschen mehr Gras und so zu sehen sein. Wirkt halt sehr schwammig und sehr veraltet. Leider. Aber, ich sag mal so, wenn der Rest gut ist bei dem Spiel, ist das kein großes Problem an sich. Das ist kein super großes Drama. Nur ein bisschen schade halt, ne? Weil ich weiß, dass mehr möglich ist auf der Switch. Ich glaub, das ist kein Geheimnis, ja? Ich glaub, da wird sich jeder einig sein. Optisch geht da definitiv mehr. Aber, nun gut, wie auch immer. Das ist nur einer der Kritikpunkte bisher schon, ne? Aber ich sag mal so, wenn es halt vor allem wirklich nur Optik sein sollte, ne? Wenn das so der Hauptpunkt ist, ist das wirklich nicht so wild. Und an sich, rein von der Umgebungsgestaltung, finde ich es schon recht hübsch, ne? Hat auf jeden Fall was. Die Architektur gefällt mir ganz gut. Was? Da haben wir noch jemanden hier, hm? Er hat sich hier versteckt. Was willst du? Jereza. Ein typischer Maskentyp, natürlich. Ich bin Jereza. Ich teach hier. Weaponinstruktion. Diese sind die Traininggründe. Goodbye. Der spricht da so sehr, meine Güte, als hätte er irgendwie Schlaftabletten drin. Ich weiß auch nicht, so. Goodbye. Schläfriger als Linhardt klingt der. Das ist bedenklich, oder? Okay, ich denke, jetzt können wir wirklich zurück. Zumindest. Also es ploppt jetzt nichts mehr auf, ne? Okay, dann haben wir, glaube ich, wirklich alles gesehen. Erstmal, was es zu sehen gibt. Und der Vollständigkeit halber sollte es auch so sein, ne? Es gibt bestimmt auch Leute, die mögen das nicht so sehr. Die wollen sicherlich gleich die Action erleben. Halt, warte, hier gibt es ja auch noch was, sehe ich gerade. Cyril, ja. Let's see. Was ist denn mit dir, ha? Ich bin echt beschäftigt, also können Sie bitte jetzt gehen? Danke. Okay, jetzt. Was hat die Frau Rhea heute noch geholfen? Ist das so ein Dienstjunge, oder was? Vermutlich, aber er ist sehr unhöflich, meine Güte. Daran muss er noch arbeiten. Was ist denn? Ah, Gerald, jawohl. Dad? Ist das du? Oh, was haben wir denn da? Schöne Rüstungen. Kann man auch mal begutachten, naja. Aber, ja, Quai Tecmo-Texturierung halt so ein bisschen. Es, es ist halt zu sehen. Aber ich hoffe, sie bessern sich da noch. Fürs nächste Fire Emblem. Wäre ganz schön. Hier bin ich wieder, das Office des Kapitänischen Kräften. Das gesagt, ich bin nur hier, um zu helfen. Wahrscheinlich ist der aktuelle Kapitän in Jahren zu laufen. Ich höre, der Kapitän hat einen schweren Zeit, mit den Verantwortlichen des Jobes zu halten. Ah, das ist, wo ich in die Arbeit komme. Oh je. Der ist ja hochbegeistert. Oh Gott. Aber er konnte einfach nicht Nein sagen, was? Das hier ist das Testsbüro. Was macht er denn so alles? Schaut sich hier Schwerter an, okay. Verschiedene Konstruktionen anscheinend. Auch irgendwas mit einem Turm, aha. studiert hier also so ein paar Dinge, die man noch nicht so richtig zuordnen kann. Da ist eine ganze Schwerzsammlung anscheinend. Alles ist hier voll mit Büchern. Zu schade, dass wir gerade nichts lesen können, ja? Wappenapparatur, was ist das denn hier? Ach so, oder muss man erst mit dir reden? Ach klar, natürlich, du wolltest doch das für dich aufsuchen. Das ist mein Forschungslaboratort. Ich habe hart gearbeitet, um es mit den rareren Materialien und purpose-billten Equipment, die für mein Arbeit gebraucht haben. Aha, können wir die jetzt auswählen, die Wappenapparatur gleich? Chris untersucht die Wappenapparatur. Was könnte dies für ein Wappen sein? Hä? Das ist wohl unseres jetzt, was man hier sieht, ja? Interessant. Aber ich kann jetzt nicht mit dir darüber reden. Schade. Wäre ich ganz cool gewesen. Können wir da hoch? Ne, können wir auch nicht. Immer schön umsehen, na? Das ist schon wichtig. Das hier war zumindest etwas interessanter. So, hier ist also Manuela, ha? Aha. Okay, alles klar. Ähm, okay, die unterrichtet da. Das gebe ich nur mal so zu bedenken. Ähm, also wenn jemand gute Noten bekommen möchte, ne, da... Gibt es so ein paar Methoden? Ja. Ähm, und anscheinend hat sie ein kleines Aggressionsproblem. Wie man an dem Schirmmesser dort im Kopf erkennen kann, jo. Du beschäftigst dich aber anscheinend hier mit Anatomie. Alles klar. Ähm, ihr wisst Bescheid, Leute. Dezent Angsteinflößt ist das schon. Oh je, oh je. Was ist da denn los? Ah ja, ein Gespräch hätten wir da noch. Eigentlich sollte man sich die Räumlichkeit noch echt mal angucken, alle, ne? Da drüben gibt es ja auch noch so ein größeres Zimmer. Der Thomas. Hallo Thomas. Willkommen zur Bibliothek. Hier könnt ihr die Literatur aus den tiefen Reichen von Fodland finden. Ah. Ich bin Thomas, der Bibliothek. Wenn ihr mich braucht, schau nicht zu fragen. Ich habe hier seit... Hm, äh... Aha, na gut. Wir können da einfach noch nicht rein, alles klar. Wird wahrscheinlich einfach später freigeschaltet. Aber das behalten wir mal Hinterkopf. Bibliothek klingt an sich tatsächlich super spannend. Das klingt vor allem nach Worldbuilding-Informationen. Wenn man das gut nutzt. Und das freut mich natürlich. Einfach mal die nächste random Katze, die sich einfach putzt. Alles klar. Was haben die hier nur mit den Katzen, hä? Darfst du keine Katzen-Hallergie haben. Hier. Wenn du studieren möchtest. Das geht nicht gut aus, Leute. Hey, wir haben auch eine Treppe, sehe ich gerade. Guck mal. Auf der Karte sieht man da was. Moment mal. Wie komme ich denn da hin? Ah. Ah ja, hier. Großer Saal. Und da darf ich auch rein? Okay. Lass doch mal sehen. Ach, hier komme ich quasi wieder zurück. Moment mal. Muss ich jetzt wieder nach oben? Ich bin mir gerade unsicher. Wir gehen mal ganz kurz nochmal nach oben. Das verwirrt mich gerade alles ein bisschen. Wir haben ja echt schon da oben mit allen... Ach so, weil das der Audienzteil schon ist. Nee, ach so. Ach so. Ja, ja, genau. Und dann geht es hier quasi rein. Ah ja, okay. Alles klar. Gut, dann ist das schon richtig so, ja. Wie genießt ihr eure Zeit in der Akademie so weit? Ich hoffe, dass ihr unsere Halle brimmst mit der Vitalität der guter Intentionen-Souls gefunden habt. Ja, bisher ist es doch sehr schön. Ich glaube, es ist Zeit, für euch zu einer unserer drei Hälfte von Studenten zu nehmen. Ich muss nachdenken, dass ich persönlich gegen jemanden nicht vertreten bin, wie du selbst mit so einer Aufgabe. Aber es ist, wie der Archbishop es will. Die black eagles, die blue lions und die golden deer. All so unterschiedlich. Ich hoffe, dass du es einen Punkt gemacht hast, um alle von ihnen zu kennen zu können. So, es ist also so weit. Welches Haus soll ich wählen? Da wird es uns angezeigt. Ach, toll, Leute. Ja, und hier ist der Dimitri. Der McLeod natürlich. Aber, ja. Ich würde sagen, mit der Wahl steigen wir beim nächsten Part ein, Leute. Und keine Sorge. Da ja drei Stück pro Tag kommen, ist das kein allzu fieser Cliffhanger an sich. Außer du müsstest doch eh schon, also. Also, aber ich denke mal, das wird sicherlich noch lange Cutscenes mit sich bringen. Und ich denke, das ist ein guter Ort, ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Sind wir also gespannt, ja, wenn die Wahl dann getroffen wird. Was uns dann so als allererstes erwartet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.